So, willkommen zurück zum Let's Play von Manubley Warband. Ja, wir haben heute, ja, im letzten Part einfach mal Meluka eingenommen, haben die Schlacht angeführt und, ja, haben es erobert. Und jetzt haben wir hier ein Turnier, da können wir mal ein bisschen Geld wieder verdienen und, ja, die lassen wir mal, die Karawane, ähm, vernichten, hä? Gut, immerhin. Und wir sind auch, also die sind auch beritten, wir nicht. Oha. Okay, der, das Schlimmste ist, ja. Vernichtet, die anderen auch. Prima. Ja, wegen der Reichweite ist der nicht so nett. Jetzt haben wir aber Reichweite. Genau, wir gehen jetzt alle auf diesen. Na, ja. Gut, knapp noch gewonnen. So, gehen wir mal auf die Grünen hier vorne, hä? Haben wir besiegt? Gut. Haha, wir haben alle noch. Ist ja genial. Oh mein Gott, ist das einfach. Jetzt auch mit guten Waffen. Das ist doch mal wichtig. Feigling. So, jetzt noch die, hä? Du bist auch noch in meinem Leben. Gut. Noch ihn. Oh, abgehört. Gut, sehr gut. Ich dachte, aber Punkte. Hey, wie lange brauchst du zum Angreifen? Feigling. So. Wieder beide überlebt. Ja, wir beschützen irgendwie auch die Gegner. Nein, nicht. Musst dich decken. Was ist denn das? Pfeife. Okay. Können wir nicht mehr viel teilnehmen. Schaut euch diesen Stingler. Kannst doch nicht umgehen mit der, hä? Ist das meine Klingenschwester von der Brunnen? Und der andere ist so untätig. Schlimm. Ha. Okay. Kämpf denn nice in der Runde. Jetzt haben wir nur noch die. Oh. 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 Zieh schab. Gewonnen. Hahaha. 4000 Dinore fast. Ah. Und zusätzlich zu Ruhm und er erhaltet noch einen Preis von 200. Shit. Also 4100. Ich denke mal, es ist so, oder? Also wen haben wir hier Reisender? Der Borcher. Was ist mit dem Borcher los? Der ist wirklich den, hä? Mist. Also. Ja, dann wissen wir schon fast die. Äh. Die sind alle gefangen, hä? Scheinbar. Ja, dem müssen wir Develidon folgen. Kurz mal ihm helfen, hä? Der hat nämlich wirklich schlechte Karten. Sollen wir das mal machen? Nein, ich muss ablehnen. Ach, Mist. Das wird wieder heftig. Die Abschlochtung. Ach, süß. Die haben Berett, ne? Ach, Feiglinge. Das wird sowas von eine vernichtete Niederlage für unseren Gegner, hä? Immerhin einbesiegt. Wir müssen wieder eine stärkere Waffe finden. Und uns einfach stärker machen. Zweifel besiegt. Medita. Ich lebe ganz. Keine Chance. Was ist das? Ja, einen. Wasche du uns natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Oh, es war nicht so hochgegangen. Graf Racha. Graf Aich. Tja. Nehmen wir die mit. Äh, nö, 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 nö. Okay. Oh, Salz. Schwert. Wieviel hat das Schwert? 27. Pfeife. Und für die anderen haben wir nichts. Ist ja zu langsam gewesen, hm? Einfach. Ähm. Und der andere ist? Pleiß. Der supportet einen anderen. Jetzt schauen wir mal kurz. Ich hoffe, das wird nicht angegriffen. Aber scheinbar sind die sehr beschäftigt, gell? So, sorry. Mein Vater wollte etwas. Wegen den Katzen. Ähm, ja, jetzt. Gehen wir. Oh. Hey. Ich hab den doch angeklickt. Hm. Also, go. Also wollen wir lieber. Komm. Warten wir noch. Und die soll langsam kommen. Wir haben nur wenige. So ein Mist, diese Aufteilung ist immer so scheiße. Komm. Komm, wir gehen rüber. Loh, das sind nur wenige. Angriff. Und die großen noch vernichten. Hey. Was ist denn das für eine? Vernicht. Sieht. Der ist ja völlig im Rage-Mode. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Sehr schön. Boah. Vorher. Vielen Dank für eure Hilfe. Meine Dame. Oh, ist schon wieder Tablion. Ahahahah. Ist schon wieder Tablion. Ihr habt unsere Seelen dort draußen gerettet. Oh, er schafft es zu fliehen. Scharfschütze. Der war auch für den Knätsleve Crusher. Einige Soldaten können befördert werden Ja, welchen denn? Nur noch mehr Slave Crusher Raffach Das war ein grosser Sieger Graf Tribian, nicht wahr? Es war mir eine Ehre, an der Seite gekämpft zu haben Komm jetzt Devlion Ja Wir machten aus seiner Armee ein Fest mal für die Krähen Ach, schade Ich muss deine Ding noch erhöhen Die Beliebte Tja Okay Greifst du nicht an? Greifen wir die Kalawana Naja Greifen wir sie nicht an Oder doch Wir verwirken sie, hä? Noch ein bisschen Noch ein bisschen Noch ein bisschen Ich bekomme viel Loot von diesen Ich habe keine Forderung von euch Ja Ausrauben Jetzt langsam, hä? Wird's gefährlich für die Rohdox Ich mache sie zu fein Ich mache sie zu fein Weg da Weg da Weg da Nicht auf mich Den mal besiegen da Der haut ab Der habe ich Das ist schwer Es ist zu viel Leid Jetzt gerade Auf dem Beet Lass ich mich nicht Schlagen Also ich kann nicht rumschlagen Wird alles immer geblockt So was haben wir Verdient Oha Shit Hm Grawanenwoche Das ist zu viel, hä? Oh, Eis und Salz Wolltuch Ja Ja, wir haben ja Ein paar Inventarplätze mehr Das ist schon schön Dass wir jetzt da noch Mitnehmen können, hä? Jetzt muss ich Muss ich noch schauen Was wir noch haben Ist immer noch das gleiche? Das heißt Immer wieder Es wurde ja immer Befördert Aber das sind immer wieder Die gleichen Tja Also Uxal Komm bitte Ein Sklaven Löse Geld Ein Vorder Hm Reisender Die Martell ist hier Mist Nicht in die Arena Markplatz Bitte Dankeschön Sehr nett Also Ja, ja Das auch, hä? Das auch Ja Den Nassalhem nicht Den brauche ich So Jetzt Hier haben wir noch Ein Butter Weg Das Salz Auch weg So Prima Schön Jetzt haben wir Viel Geld Immer noch In die Burg Oh Ja Hab ich Dankeschön Ich Support Ich Send Oh Gott Ja, ja Und wer Du bist um Kann Zuno Als nächstes Ah ja Haben wir noch Aufträge Ibiran Ibiran Ah da Ibiran Müssen wir Dann können wir eigentlich Direkt noch Zu Den gehen Zu den Banditen Los Schlachten wir Dieses Viehvolk Ohne Pferd Bitte Hm Oh Ein Schlinze Ins Gesicht Das hat mir Nabe gegeben Die Fünffach So groß Das ist Die Kopse So eine Riesenwaffe Ist das Klar Tja Also Wieder Zapp Pflückt Wie die Flammen Weiter Gewinnt An Ehre Dankeschön So Ja jetzt Gehen wir noch Kurz zu den Banditen Die sind Irgendwo Hier Hä Wahrscheinlich Wieder Da Da sehe ich Da sehe ich Irgendwo Bisschen weiter rein Nicht Hier Hm Wir haben Wir haben Wir haben mehr Sichtweite Wir haben nur Ähm Äh 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 Die Trampel Also die Fuß Ding Abdrücke gesteiget gesteiget Das muss wahrscheinlich hier irgendwo sein, hm? Gehen wir mal hier hin. Oder scheinbar haben sie sich ein bisschen weiter weg begeben, hm? Kann auch sein. Ja, look, schau diesen einfach mal an. Er gibt sich selbst. Oh je. Der wird wieder Probleme haben, hm? Muss die ganze Zeit zwischen Praven und Veluca hin und her. Okay, sie ist leider auch nicht hier. So schade. So ein Mist. Oh, eine Langaxt. Schwedi. Das ist eine Stangenwaffe. So ein Mist. So, äh, 93 und das ist 89. Das ist viel schwächer, hm? Ein Dreizock. Okay. Also, hier liegen da. Lieen da. Lieen da. Lieen da. Vorwärts. Ja, kooperativ gesinnt. Ja, kooperativ gesinnt. Gut. Ja, genau. Wir haben anstelle von 15.17 bekommen. Das letzte Mal. Und jetzt? Möchte ich gern nochmal einen Auftrag. Oh, Mist. Wolle. Wolltuch. Werkzeuge. Hm. Bleibt nix. Da ist Montevar. Wir müssen irgendwie die Banditen finden. Könnte auch hier sein. Oder hier. Oh je. Wo sind denn die Banditen hin? Also in die Burg. Mal kurz schauen. Hat es niemand. Nur die Frau von ihm. Dem Devilard. Äh. Geldmeister, Auftrag bitte. Okay. Ja, Rochabad ist ja der. Wenn ich schon. Dann öfter. Mhm. Gut. Im Kerk würden sie einfach. Können den Friedensabkommen nicht länger blockieren. Was meint die? Die meisten Helder in der Stadt werden zur Unterstützung an solchen Pflanzen nur zu gerne ihre Geldsäge eröffnen. Ich glaube wir können unter uns und dafür 12.000 Diener sammeln und wir werden euch gerne mit diesen Summen belohnen. Wenn ihr Erfolg habt. Überzeugt Graf, Rochabad und Graf Matthäus davon ein Friedensabkommen anzunehmen. Und einer von ihnen zu stürt dafür sein zu. Seinem Ding lassen nicht mehr. Eher geht. So, ich kann das nicht mehr. Das ist zu schwer. Ja. Ist das die ganze Zeit? Wer keckt? Das ist doch viel zu weit weg. Wo ist es mit der Werkeck? Das ist im Nordreich. Nein. Nicht Rinderhärte. Ähm. Tja. Es bleibt uns nichts übrig, als jetzt ein paar Banditenseer. Ja. Komm, wir gehen nochmals ins... Wir gehen jetzt mal... Äh. Mal kurz hier Banditenseer. Und wenn wir ein Ding finden, Caravanen von Rodok, dann überfallen wir sie auch. Aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass die nach Nord gehen. Eher Richtung... Ja, wir gehen dorthin, hä? Da ist jetzt zum Beispiel irgendwo sicher wieder ein Banditenlager. Hm. Scheinbar nicht. Oh. Das ist ja teure. Los, vorwärts. Ja. Ja, dann gehen wir mal nach Dirim. Und... Tun dort mal schauen, ob ein Lösegeldvermittler ist. Das ist viel zu schnell, hä? 5, 8, 5, 5... Sunmist... Klagos... Das ist es gewesen. Die Wegfindung ist irgendwie ein bisschen komisch. Also Dirim, hä? Kein Bock mehr auf die. Oh, die kommen näher. Aber wenn ihr es so blöd macht, dann verfolge ich euch wieder. Noch näher. Komm, das schaffen wir. Ja, ja. Komm, das sind Nords, oder? Keine Nords, ja. Ach, jetzt habe ich einen fehlgemacht. Also, die Wegfindung von meinem Pferd. Einfach mal verjagen, hä? Wenn die schon den Weg gehen nach Dirim. Kann man sie auch verjagen? Okay, boah, haben wir viel Geld. Das ist ja genial. Los, Leute. Folgt mir. Los, schlachten wir alle ab. So, richtig. Quietschi, quietschi. Vorwärts. Oh, die haben wir aber. Gib mir einen. Einen haben wir. Oh, das wird aber knapp. Ah, da steht niemand. Gut. Ah, das ist unser. Besser. Ja, sind zu wenige jetzt noch, um zu finden. Ja, geschafft. Hä? Menschenjägers. Habt ihr überlebt? Zwei Plünder. Hä? Hä? Wir schaffen der Rest der Weges allein noch. Danke. Oh, man kann Menschenjägerbeziehung hoch machen. Super. Also, dann tue ich Armbrustschüsse raus. Waffenknecht rein. Die raus. Waffenknecht rein. Und, äh, Bauernfrauen einstellen. Bauer ist ja nichts. Die werden nur so das Klauenjäger. Hm. So. Gut. Jetzt ist wieder Beförderung. Ja, das war der Fußsoldat. Gut. Okay, prima. Können wir die noch mal kurz anreden. Ja, sie sind gleich da drüben. Ja, Xie. Ja, Xie. Los. Vorwärts. Nächster. Machen wir das noch. Bisschen länger apart. Ich hatte ja auch eine Unterbrechung. Komm. Es sind ungefähr 30 Minuten. Aber ich werde noch ein bisschen mehr machen. Mal ohne kämpfen, hm? Einfach mal abschlachten lassen von meinen Truppen. Ha, der wollte mich angreifen. Aber hat nur mein Pferd getroffen. Jaaaa. Jaaaa. Geschafft. Jaaaa. Tja. Wir haben aber keinen Platz mehr. Unseren Truppen. Nicht. Hm. Super. Also, dann haben wir das geschafft. Jetzt gehen wir noch kurz nach Dirim und beten, dass dort endlich ein Lösegeldvermittler ist. Oh, ganz viele Dorfdörfler. Gehen wir raus. Nein, ist auch keiner. Verdammt. Wo sind die hin? Tja. Oh ja. Frisches Brot. So. Da hat's Kornfil. Hm. Na gut. In die Burg schauen. Ah, das ist dieser. Ja. Super. Schön, hm? Na ja. Gut. Dankeschön für's Schauen. Und im nächsten Part geht's dann genauso interessant weiter. Tschüss. Oder sogar noch interessant. Ja. Ja. Au. Nachdenkommun. Kornfil. Und im nächsten Part go. In im nächsten Part go. Auf. Das ist besser. Vielen Dank.